So, das ist jetzt die Ecke, in der später das Haus sein soll. Hier ist ansonsten gar nichts auf dieser Seite. Das ist alles grün und die andere Seite besteht, wie du es jetzt vielleicht schon gesehen hast, mit diesen zweistöckigen Mehrfamilienhäusern, das glaube ich. Vorne gibt es eine Bio-Eisdiele und das war's, hier ist es gar nichts. Vorne ist eine Bushaltestelle. Da. Irgendwo muss ich sie jetzt haben. Da ist sie, genau. So, jetzt gehen wir nochmal hier rüber, gehen wir nochmal rein. Gehe wieder ein bisschen zurück in den Bild. Hier steht offenbar so etwas wie ein Heizkraftwerk. Ansonsten kann man hier noch relativ wenig sehen. Du siehst ja, hier steht relativ viel Müll. Ich nehme an, dahinter in dem Gelände, wo ich nicht hinkomme, weil hier alles zugeschlossen ist, findet sich vermutlich der eigentliche Bauplatz. Bisher ist da noch alles grün oder süß. Ein bisschen geräumt ist da hinten auch schon. Aber ansonsten ist hier noch gar nichts zu erkennen, dass man irgend überhaupt hier bauen möchte. Und wie gesagt, ansonsten alles grün, grün, grün. Rocken tut hier nichts, würde ich sagen. Also es ist, glaube ich, auch relativ rot. Ich meine, jetzt ist Samstag und die Straße hat natürlich nicht so viel Aussagekraft. Aber hier fährt eigentlich gar nichts lang. Da kommt jetzt der Bus. Gracias! Bret! eded sind wir nie mit ihnen? W subscribe Eh Vielen Dank.